Hallo und herzlich willkommen zu White News. Eigentlich wollte ich das Video schon vor dem Wochenende hochladen, aber dann musste ich leider Bekanntschaft mit einem Eisenträger machen. Und die ganze Geschichte endete so, dass ich im Krankenhaus gelandet bin. Ja, also falls ihr jetzt im Video seht, dass ich da keine Haare habe, irgendwas da glänzt, das sind chirurgische Klammern. Sieht scheiße aus, ist scheiße, aber naja, der Eisenträger war halt härter als mein Kopf. Ich hätte heute ja gerne ein White News gemacht, ohne Nachrichten aus Japan, aber das ist irgendwie unmöglich. Bevor wir jetzt zu den Japanern gehen, gehen wir mal gleich ins Saarland, denn da ist der Wolf vielleicht wieder zurückgekehrt. Nachdem im Saarland ein totes Schaf gefunden wurde, wird erstmal der neue Wolfsmanagementplan des Landes in die Praxis umgesetzt. Doch waren es wirklich Wölfe oder waren es nur wilder Hunde? Laut des Ministeriums wurden Proben des toten Schafs und der Umgebung genommen, um diese Frage nun zu beantworten. Falls die Antwort natürlich positiv und negativ ist, werdet ihr es natürlich hier bei White News erfahren. Vor kurzem habe ich im Internet ein Video gefunden, wo ich echt sagen muss, geil, coole Sachen, toll gemacht Leute. Ja, ich rede hier von einem weißen Hai, der gestrandet war. Das Ganze passierte im US-Bondestadt Ketterham. Laut Augenzeugen hatte der Hai irgendwie versuchende Möwe zu fangen, dabei landete er irgendwie auf dem Land. Dort blieb er dann am Strand hängen. Und dann passierte das Unglaubliche. Strandbesucher fingen an, dem Hai zu helfen. Aber der Hai kam noch immer nicht vom Strand weg. Dann nahmen sie ein Seil, bindeten das um die Flosse und ziehten den Hai mit einem Motorbo zurück ins Meer. Und das Unglaubliche ist, der Hai hat das Ganze überlebt. Und ich finde das einfach cool. Ich finde das so toll, dass die Leute da nicht einfach nur filmen und sehen, oh, guck mal, da stirbt ein weißer Hai. Nee, sondern dass die aktiv geholfen haben und den Hai so gerettet haben. Das ganze Hai-Rettungs-Video ist schon etwas alter, aber ihr findet den Link zum Video in meiner Beschreibung. Ja, dann gehen wir mal wieder nach Japan. In Taiji, was sich in Japan befindet, Japan. Und was die wohl da in Taiji machen, ist nicht schwer rauszufinden, der sich ein bisschen mit der Thematik Japan-Walfang und so beschäftigt. Am letzten Donnerstag hat in Taiji die Saison der Delfinenjagd begonnen. Die japanische Regierung erlaubt die Jagd auf 1873 Delfine. Schon 2014 wurden 937 Delfinen bei solchen Treibjagden getötet. Die Fischer treiben die Delfine durch Hämmern mit Metallstücken in eine Bucht. Und jetzt Leute, wenn ihr irgendwann mal eine Delfin-Show gucken geht, dann denkt dran, was ich euch jetzt erzähle. Denn die schönsten Delfine werden nicht getötet, sondern werden in eine andere Bucht gebracht. Dort werden sie dann für Delfinarien aussortiert. Die anderen werden dann gnadenlos abgeschlachtet. Und dabei wird Delfinfleisch nur selten in Japan gegessen. Brasilien plant eine Gesetzesänderung, die es legal machen würde, die wertvollsten Gebiete des Amazonas wirtschaftlich auszubeuten. Und das wiederum würde heißen, dass 1940 Schutzgebiete bedroht sind. Aber damit nicht genug. 672 indigene Territorien werden dann auch mit bedroht. Diese naturverbundenen Völker leben im Amazonas. Wenn der Amazonas stirbt, wäre das auch das Aus für diese Völker. Aber nicht nur diese Völker sind betroffen, sondern wir alle sind betroffen. Denn der Amazonas stabilisiert das globale Klima. Ohne den Amazonas würde der Klimawandel drastisch beschleunigt werden. Also Leute, falls ihr dem Amazonas helft, dann helft ihr nicht nur den indigenen Völkern, den Tieren, der ganzen Natur und die Vielfalt, die da existiert. Nein, ihr helft dem ganzen Planeten. So, das war's für heute mit White News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Ihr könnt mich natürlich auch gern abonnieren. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Und ja, ich hoffe bis Ende dieser Woche dann. Tschüss. Tschüss.